Hallo, hier ist wieder euer DevCorp. In dem heutigen Video möchte ich euch das Modellbauprojekt enthüllen, wo ich ja das letzte Mal noch ein bisschen Geheimnisse drum gemacht habe. Und zwar handelt es sich um die HMS Sovereign of the Seas. Ja, das gute Modell ist, genauso wie auch meine anderen, die ich gebaut habe, beziehungsweise an denen ich sitze, ist auch aus Holz und ja, das gute Stück wird so ungefähr 1,10 Meter lang, also ein kleines Boot und 90 Zentimeter hoch. Ja, also von unten vom Podest aus bis zur obersten Spitze der Masten, das sind 90 Zentimeter und eine Breite von 40 Zentimetern. Ja, wie gesagt, es gibt auch größere, also das ist nur ein kleines Modell. Ja, Spaß beiseite. Also wie gesagt, ich werde noch eine kleine Neuerung. Es gibt zukünftig jetzt, also ich werde versuchen, immer nur Diashows zu machen. Heißt also, ich werde den Baufortschritt, ich versuche es zumindest in lückenlosen Fotos festzuhalten und das Ganze zu einer Diashow umzuarbeiten. Und ja, wenn es natürlich so wichtige oder detailreiche Sachen gibt, wo man ein bisschen was dazu sagen kann, dann werde ich das natürlich auch als Video machen und euch ein bisschen was zeigen, so den Detailreichtum. Und ja, deswegen. Ansonsten, wie gesagt, wenn euch die Videos gefallen und ihr auf dem Laufenden gehalten werden wollt, dann könnt ihr natürlich auch über Google Plus bzw. YouTube meinen Kanal abonnieren. Und ja, natürlich über Likes freue ich mich auch immer sehr und über positive Kommentare. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt oder was, dann schreibt es einfach immer unten in die Kommis rein. Und ja, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin, euer Kapitän DevCorp. Macht's gut!